Denn ich kann die Tesa Bobo Scripto kann ich nicht mehr beschwören, aber das Pixel und die Elias Kristallkugel kann ich halt noch beschwören, mit den Quatschen. Das sind halt Quests die ich machen muss. Schimiolum der Klasse B 500. Elias letztes Geschenk. Geil. Krieg ich jetzt nicht mehr von der alten? Nö, die Perle ist komplett verschwunden. Ich mag meinen Ventilator, habe ich bestimmt gesagt. Nö, du machst Schwitzen auf der Nordseeküste. Ähm, ich weiß nicht wo ich die Quests abzugeben habe. Die Ene ist, wird mir halt angezeigt, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich gehe jetzt mal da hoch in dieses vergessenen Lager. Wenn ich nicht immer raus tappen würde. Guck, ob ich da was abgeben kann. Teleporter? Nein, hier ist ein Obelist. Ich lasse mich nochmal Brandmarken. Okay, ich bin schon gebunden. Ähm, mir wird auf der Map wirklich nichts angezeigt, wo ich die Quests abgeben kann. Verwende eine Eintrittsbenachrichtigung für den hochrangigen Ach, konntest du das? Okay, das machen wir ein andermal. Begebt euch zum Reliktfundort. Ich habe die Aufnahmeanteil, Rocks. Ups. Das hat voll gedrönt im Ohr. Ich habe doch noch mal gerade was getrunken. Ne, du hast reingeblasen. Oder ja. Reist mit Domans Hilfe nach Pernon und sprecht dort mit Haretion. Was? Und mit was für einem Peter? Das ist doch gar nicht mehr hier. Ich habe schon wieder die nächste Quest. Reise mit Domans Hilfe nach Pernon. Dabei habe ich hier noch viele Quests, die ich abgeben muss. Die Eile wird mir auch angezeigt. Ich weiß aber nicht. Ja, weil du die Hauptquests schon abgeschlossen hast. Ja, weil du die Hauptquests schon abgeschlossen hast auf dieser Map hier. Ne, aber ich muss noch die ganzen Mini-Quests machen und ja, die müssten wir eigentlich schon normalerweise angezeigt werden. Normalerweise. Ich lasse mir jetzt mal erreichen. Ne, gut. Doch, das Pixelbuch kann ich jetzt wieder öffnen. Hier nickt. Ausfallkiste mit großen Verwandlungstränken, Verwandlungsschriftrollen, Pixel-Magiebuch. Okay. Das ist abgeschlossen. Erreiche Stufe 71, verwende das Pixelbuch. Sprech mit Francescas Freundin Reikes. Jetzt will ich das hier finden. Ach ne, das ist das hier. Begebt euch dort hin. Reliktfundort. Suchen. Wo wirst du mir jetzt angezeigt? Dort. Gut. Dann gehen wir jetzt dort einfach mal hin. Beziehungsweise, wir fahren dort hin. Äh, okay. So. Eigentlich, aber die haben das gut überarbeitet jetzt. Also. Kann ich mich nicht beschweren. Aber wie kommt man auf die Idee Autos hier rein zu machen? Was weiß ich. Ich glaub die Entwickler von Ion sind Autonahen. Die haben einen Nahen an Autos gefressen. So. Hier sind diese Ruin. Ja. Reliktfundort. Genau. Hier steht doch einer. Genau. Untersuche der Fragmente. Zerstöre Balur Relikt in der Nähe. Das ist dort. Heute schon Spanisch gelernt? Ne. Du? Ne. Dann wird's mal Zeit. Genau. Ach ne, hier sind wir diese gehörten Idioten, die ihn angreifen. Und die Habien. So. Hier muss irgendwo das Relikt sein, was ich zerstören muss. Da drinnen. Okay. Auf zum nächsten Relikt. Läuft. Wo muss ich hier sein? Ich hab echt gar keine Ahnung, was ich noch machen muss. Ich mach jetzt erstmal die eine komplette Quest. Ich hoffe mal, das treibt mich dann zu diesen Dingen, wo ich die Samen betätigen muss. Weil das ist irgendwie das einzige, was ich dort nicht finde auf der Map. Hier ist jemand mit einer Rakete. Mit einer Rakete. Reitet er da drauf? Reitet er da drauf? Er reitet auf der Rakete. Auf die Rakete. Naja, dann... Mir ist vorhin auch einer auf einem Gleiter entgegengekommen. Also ist das wohl so... Ja, wie soll ich sagen... Je nachdem... Ähm... Leute, mein Auto kann fliegen. Hä? Hä? Wie? Ich bin grad einen Berg runter gesprungen, hab äh äh äh... Leertaste gedrückt und das ist... Geflogen. Ja, das ist ja... Normal. Cool. Balur... Balur-Leiche. Hallo? Hier ist doch das Relikt, oder? Ach, das große Ding dort da. Ihr seht euch die Oberseite an. Ihr seht euch... Ja, die Oberseite will ich mir angucken. Untersuche die Balur-Leiche. Hier... Hier... Teilt Nixi die Neuigkeiten mit. Was ist denn hier gespawnt? Puh! Arschloch, was greifst du denn da einfach ran? Was ist denn das für ein Arschloch gewesen? Okay, ich muss da hoch. Äh... Ja, dann... Das heißt, die Quest mit den Samen und dem Ballast, das muss ich dann auch noch machen können. Aber wieso wird mir da nix angezeigt? Was? Das ist doch scheiße! Komm, ich will Auto fahren. Das wird's. Ei, oh... Mein Freund... Also, ich weiß schon ganz genau, fürs nächste Mal nehm ich nicht so viele Quests auf einmal an. Da verlierst du echt den Durchblick. Da... äh... Stimmt! Oh, guckbar! Wann seid ihr angekommen? Belohnung. Hier, Gravursteinangriff. So, Quest ist erledigt. Oh Gott. Entschuldigung. Entschuldigung. So, jetzt fahr ich... ...wieder da hin und gucke mir das an. Dort muss irgendwas... sein. Okay. Ey, das gibt's nicht irgendwie... Hier, hier... Weißt du, es ist... es stirbt mich ja nix an Möcken. So rein gar nix. Normalerweise. Aber... Wenn man... ...zwei Möcken gleichzeitig hat und die schwirren einen um die Beine herum, ne? Ja. Das geht aber noch. Kacke ist es, wenn du schläfst... ...und die Viecher auf einmal anfangen, um in deinen Ohren herum zu schwirren. Dieses... Da trage Papfer. Was hat das nervt? Da trage ich Papfer. Wenn du pennst. Ja. Was bist denn du für einer? Ich höre Musik. Echt? Ja. Okay. Okay. So. Hier muss jetzt irgendwo was sein. Hier wird mir das X angezeigt. Ähm. Verwende die verbesserten Samen in der Nähe von Barlas. Wo ist Barlas? Wo ist Barlas? Ist das der Friedhof dort? Ne. Das ist das Valchur Lager. Gibt es hier jemanden, der Barlas heißt? Dilo, Valchur... Nö. Gibt es hier einen Barlas? Nein. Ich darf hier jetzt ernsthaft alles absuchen, bis ich so einen Idioten finde, oder wie? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn das für ein Scheiß? Das da oben ist so eine riesen Muschel. Da ist eine Stinkblume oben drauf. Wo ist Barlas? Wo ist Barlas? Was ist der für ein Scheiß? Oh nein. Vielleicht hier hinten doch einmal? Äh... Okay... Mein wunderschöner Ventilator. Hier ist auch nichts. Warum? Und das für ein Kackfie. Ich will mich angreifen. Ich hitte den und der rennt weg. So, nochmal. Ballas. Nummer 2 habe ich. Jetzt wird mir das dort angezeigt. Ey. Ich kriege ja bald einen Hassanfall. Schamann. Ach, die kann ich ja angreifen. Stimmt ja, da war ja was. Äh, hier liegt ein Toter. Okay. Hä? Mann, lass mich doch in Ruhe, du Arschgeige. Der heißt mal Ruth. Ups. Das ist das falsche Ziel. Das ist kein gültiges Ziel. Ein eigener Fassdown gewesen. Läuft. Das finde ich schon die ganze Zeit. Aber trotzdem ärgert mich das, dass man das hier nicht findet. Das wird mir dort angezeigt. Da ist nichts, was Balsa hießt. Das ist scheiße. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Ah. Bis zum nächsten Mal.